Ja hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft 12W50A Neue Entwicklerversion von Minecraft ist endlich wieder da Wir freuen uns so sehr wie jedes Jahr Denn Weihnachten ist auch bald da Ich Minecraft953 komm hier vorbei In meinem Weihnachtskostüm auf 1,2,3 Ja Leute und zwar 12W50A Was bringt uns das mit Uns bringt es zum Beispiel die Zauns zu die Feuereffekte Also zu diesen Feuerwerkeffekten mit Was bringt es uns noch mit Neue Verzauberungen zu Rüstung Fügt Angreifen manchmal beim Schlagen auf den Spieler mit der Rüstung Schaden zu Das sagt uns natürlich auch was Denn wir sind ja nicht von ganz schlechten Eltern Items droppen werden nun in der Grafikeinstellung schön in 3D angezeigt Ja wo ist das 3D? Ist das hier 3D? Was auch noch neu ist seht ihr gerade Eisenbarren, Goldbarren, Diamanten, Schwarzpulver, Papier, Rosenrot und ein Kopf Ja was ich mit dem Kopf machen will Ich möchte dass er uns zuguckt Weil sonst guckt mir ja keiner zu Und der tut es Ja äh so Okay haben wir gemacht Gut die gucken mir jetzt zu Das ist wenigstens freundlich Ja ähm was ist noch neu dabei? Äh ich bin grad voll durcheinander Durch das Drücken von STRG und Q Kann man Oh fail Ich muss auch was in der Hand nehmen Äh ja lol Jetzt funktioniert das nicht Warum auch immer Ich weiß es nicht Äh Ah ja ok Durch das Drücken von STRG Linke STRG Taste und Doppel Q Kann man Äh die 64er Sticks rauswerfen Aber wie das geht Warum auch immer Kann sein dass ein Bug ist Ich hab das jetzt gedrückt Aber es funktioniert nicht Äh Ich weiß nicht Keine Ahnung Ich möchte euch die Zaun zeigen Deswegen sage ich bis gleich Leute Ich mach die Musik eben aus Und bis gleich tschüdi düs so und jetzt geht es zu den Raketen wie man Raketen baut habe ich in meinem letzten Video schon gezeigt ihr braucht einmal Farbe setzt es hier hin braucht einmal schwarzen Pulver setzt es dahin sorry, mein Farbe natürlich hier unten und ein Diamond yeah so, haben wir schon mal ein Ball wie baut man nochmal Raketen so und so eine rakete wir wollen das in der rakete auch was drin ist also einmal so jetzt haben wir feier wer um rocket abdiskut habt ihr es gehört geil alter das sieht echt geil aus jetzt kann man schön silvester feiern und das ist doch mal ein schönes ding oder nicht leute was meint ihr ist das nicht geil ich meine es ist wunderbar es ist geil also mir gefällt es wirklich wo ich sagen muss da hatte sich die maincon beziehungsweise der entwickler richtig 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 mühe gegeben bei sowas oder nicht leute so hier wollen wir nicht zwei einmal das ist geil ja das hat sich auch erneuert und was wurde noch gemacht es wurden bug fixes zu dings einige bug fixes wurden gemacht neta und end werden wieder richtig generiert und dann funktion von zauber büchern ist nun wieder gewollt man kann die raketen auch nicht mehr im game mode finden also es ist wirklich ausgestellt ich hier ist alles raus gemacht die verzauberten bücher findet man in pc dörfern habe ich gelesen und ja wenn es wieder was neues von minecraft gibt werde ich natürlich bei reinschauen und euch bescheid geben also das war's wieder von mir mein name ist minecraft 953 wir sehen uns bei einer neuen folge von der erscheinungsversion von minecraft ich sage bis dann leute und tschüss bis dann leute